Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Dienstag, der 7. Februar 2023 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wallstreet-Gönner nach dem Blockbuster Non-Farm-Payrolls-Release am vergangenen Freitag. Am Montag ein verhaltener Start in die neue Handelswoche. Nichtsdestotrotz, einige Aktien sind auf jeden Fall einen Blick wert. In wenigen Sekunden gibt es die Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Auf die Achterbahnfahrt auf dem Blockbuster US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, nach welchem die US-Wirtschaft ja im Januar 2023 unerwartet 517.000 Arbeitsplätze ex-Agrar geschaffen hat, folgte im S&P 500 am Montag dann erstmal eine Verschnaufpause. Ich will allerdings ehrlich sein. Kurzfristig scheint es zunehmend wahrscheinlich, dass wir im S&P 500 einen nochmaligen Test der 4.000er-Marke zu sehen bekommen und auch der Technologieindex Nasdaq 100 hier einen Test der 12.000-Punkte-Marke zu sehen sieht. Der Grund, der ist tatsächlich zügig ausgemacht. Ein nach der jüngsten Korrektur nun wieder anziehender US-Dollar, getrieben durch steigende US-Zinse, machen die Worte Jay Powells letzte Woche Mittwoch auf der FED-Sitzung in Verbindung mit dem US-Arbeitsmarktbericht doch einen laxeren geldpolitischen Kurs seitens der FED in der zweiten Jahreshälfte, zumindestens zunächst möchte man sagen, eher unwahrscheinlich. Das Zünglein an der Waage, das dürften die kommende Woche zu veröffentlichen US-Inflationszahlen sein. Bis dahin könnte es ruhiger zugehen, eventuell allerdings mit leichter Tendenz eher auf der Unterseite meiner Einschätzung nach. Umso wichtiger natürlich, sich die richtigen Aktien fürs Portfolio rauszusuchen und hier ein entsprechendes sogenanntes Cherrypicking vorzunehmen. Einen ersten Blick wollen wir heute werfen auf Ford. Bekanntlich die Ford Motor Company ist ja nach Toyota, Volkswagen, General Motors, Hyundai und Stellantis die sechstgrößte Automarke der Welt. Und im Big Tech Earnings reigen gegen die Quartalszahlen von Ford vergangene Woche regelrecht unter. Dennoch wollen wir einen Blick auf diese werfen. Beginnen wir mit, schön ist tatsächlich anders. Nun, Ford verfehlte die Gewinnerwartungen der Wall Street und verfehlte darüber hinaus seine eigene Prognose für das Gesamtjahr um 1,1 Milliarden US-Dollar und als Grund gab man Ausführungsprobleme an. Der Nettogewinn von Ford im vierten Quartal betrug 1,3 Milliarden US-Dollar, 11 Milliarden US-Dollar weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Gesamtjahr 2022 verlor Ford 2 Milliarden US-Dollar und lag somit fast 20 Milliarden US-Dollar unter den Zahlen des Jahres 2021. Der CEO Jim Farley, der sagt in diesem Zusammenhang, wir hätten letztes Jahr viel besser abschneiden sollen und führte weiter aus, wir haben Gewinne in Höhe von etwa 2 Milliarden US-Dollar liegen lassen, obwohl das in unserer Macht stand und werden dies mit einer verbesserten Ausführung und Leistung in Zukunft korrigieren. Dem bereichenden Gewinn pro Aktie wies Ford mit 51 Cent gegenüber 62 Cent seitens der Wall Street erwartet aus. Beim Umsatz konnte Ford wenigstens die Erwartungen der Wall Street übertreffen, wies hier 41,8 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 40,37 Milliarden US-Dollar aus. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2022 um 16 Prozent auf 158,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines Anstiegs um 17 Prozent im vierten Quartal auf 44 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung, im Oktober gab Ford bekannt, dass für das Gesamtjahr ein bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 11,5 und 12,5 Milliarden US-Dollar erwartet wird, Die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zeigen nun ein Gewinn von nur, möchte man sagen, 10,4 Milliarden US-Dollar für 2022, also unter der eigens ausgegebenen Prognose. Der CEO Farley, der machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, sagte im Earnings Call, ich bin frustriert. Und das ist eine Untertreibung, weil das Jahr für uns bei Ford so viel mehr hätte sein können. John Lawler, der CFO von Ford, sagte, dass die enttäuschenden Gewinne des Unternehmens größtenteils auf Probleme bei der Ausführung und im Lieferkettenmanagement zurückzuführen seien. Das Unternehmen blieb um 100.000 Einheiten hinter den erwarteten Verkäufen zurück, was etwa eine Milliarde US-Dollar an entgangenen Gewinnen entspricht. Das Gesamtjahresergebnis des Autoherstellers wurde durch einen Verlust von 7,4 Milliarden US-Dollar aus seiner 9,5%igen Beteiligung am Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive weiter belastet. Zudem entstand ein Verlust von 2,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Auflösung der autonomen Fahrzeugeinheit Argo AI. Lawler sagte, der Autohersteller wolle in diesem Jahr zusätzliche Kosten senken. Weitere Entlassungen, insbesondere in Europa, schloss er hierbei nicht aus und er sagte, die andere Milliarde US-Dollar an verpassten Gelegenheiten im vergangenen Jahr seien mit Kosten verbunden. Konkret, unsere Kostenstruktur ist nicht wettbewerbsfähig und er sagte weiter, unsere Qualität ist nicht dort, wo sie sein muss. Und wir werden die Maßnahmen ergreifender und aggressiver sein, um sicherzustellen, dass wir 2023 in diesen beiden Schlüsselbereichen für uns Fortschritte machen. Lawler äußerte sich auch zum Geschäft mit Elektromobilen, sagte, dass das EV-Geschäft für Electric Vehicle von Ford derzeit nicht profitabel sei. Und jetzt kam auch noch Tesla mit seinen Preissenkungen, auf welche Ford ebenfalls mit Preissenkungen reagierte und die Kosten für seinen meistverkauften elektrischen Crossover-Mustang, den Mach-E, gesenkt hat. Für 2023 erwartet Ford einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 9 und 11 Milliarden US-Dollar, wobei saisonbereinigte Jahresraten von etwa 15 Millionen Fahrzeugen in den USA und etwa 13 Millionen in Europa angenommen werden. Ford geht davon aus, einen bereinigten freien Cashflow von etwa 6 Milliarden US-Dollar zu generieren. Das setzt keine Ausschüttungen von seinem Finanzamt Ford Credit voraus, sagte das Unternehmen. Und was bedeutet das jetzt für Engagements in der Aktie? Nun, während ich Selbstkritik zwar einerseits gut finde, muss ich andererseits sagen, ist Ford ausgehend hiervon für mich kein Kandidat im Bereich Automobilsektor. Meine Wahl fällt hier weiterhin ganz klar auf Tesla. Das war Ford. Börsenkürzel schlicht und ergreifend F. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Qualcomm, den Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation. Auch Qualcomm am Donnerstag nachbörslich mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und diese waren auch nicht wirklich stark. Qualcomm wies einen Gewinn pro Aktie von 2,37 Dollar aus, erwartet hatte die Wall Street 2,34 Dollar. Beim Umsatz blieb Qualcomm hinter den Erwartungen zurück, wies 9,46 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 9,6 Milliarden US-Dollar aus. Laut einer Erklärung ging der Umsatz von Qualcomm in dem Quartal, das am 25. Dezember übrigens endete, im Jahresvergleich um 12% zurück. Der Nettogewinn fiel um 34% auf 2,24 Milliarden US-Dollar und Qualcomm nannte als Grund das makroökonomische Umfeld und höhere Lagerbestände, die die Ergebnisse beeinträchtigten. Die Einnahmen aus dem Segment CDMA Technologies, also QCT von Qualcomm, das Smartphone-Chips, Hochfrequenz-Frontend-Komponenten, Automobilchips und Geräte für das Internet umfasst, generierten im Quartal einen Umsatz von 7,89 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl ging um 11% zurück und lag unter dem Konsens der Wall Street von 8,03 Milliarden US-Dollar. In diesem Segment erreichte der Umsatz mit Mobiltelefon 5,75 Milliarden US-Dollar, einen Rückgang um 18%, aber immerhin höher als die Erwartung von 5,2 Milliarden US-Dollar. Cristiano Amon, der CEO von Qualcomm, der sagte, Da die Mobiltelefonbranche weiterhin eine geringere Nachfrage verzeichnet, erwarten wir nun, dass die erhöhten Lagerbestände mindestens bis zur ersten Hälfte des Jahres 2023 anhalten werden. Die Nachfrage sei in den mittleren und unteren Marktsegmenten am schwächsten. Das Unternehmen führte angesichts des Wirtschafts- und Nachfrageumfelds weitere Ausgabenkürzungen durch, sagte Amon. Das Segment Qualcomm Technology Licensing, kurz QTL, das Rechte zur Nutzung der Mobilfunkpatente des Unternehmens umfasst, lieferte 1,52 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 16% und etwas weniger als die Erwartung der Wall Street. In Bezug auf die Prognose wies Qualcomm für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,05 bis 2,25 Milliarden US-Dollar aus, was einem Umsatzrückgang von 18,5% bedeutet. Damit lag Qualcomm unter der Erwartung der Wall Street, die im Schnitt mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,26 US-Dollar bei einem Umsatz von 9,55 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Aber trotz dieser eher durchwachsenden Zahlen schaut die Aktie charttechnisch zumindest vielversprechend aus, besonders nach der jüngsten Rückeroberung und vor allem dem Halten oberhalb von 130 US-Dollar folgend auf diese Quartalszahlen. Sprich, Qualcomm als kleine Beimischung im Portfolio ist definitiv einen Blick wert. Einen Rücklauf in Richtung über 150 Dollar tatsächlich hier in der Aktie in den kommenden 6 bis 12 Monaten erachte ich als durchaus im Bereich des Möglichen. Das war Qualcomm. Börsenkürzel Q-C-O-M. Und final wollen wir uns einen Kaffee gönnen. Final wollen wir einen Blick werfen auf Starbucks. Ein auf Kaffeeprodukte spezialisiertes, international tätiges US-amerikanisches Einzellandesunternehmen und Franchisegeber. Auch Starbucks am Donnerstag mit Zahlen für das abgelaufene Quartal und auch diese bleiben eher hinter den Erwartungen der Wall Street-Analysten zurück. In China, dem zweitgrößten Markt des Unternehmens, brachen die Umsätze um 28 Prozent ein, was vor dem Hintergrund der Zero-Covid-Policy dort allerdings der chinesischen Regierung kaum eine große Überraschung darstellen dürfte. Der scheidende CEO Howard Schultz sagte, dass mehr als 1.800 der 6.090 chinesischen Standorte in der Spitze geschlossen waren. Aber trotz des schwachen Geschäfts in China bekräftigte CFO Rachel Ruggieri den Ausblick des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023. Allerdings erwartet Starbucks nun ein negatives Umsatzwachstum in China bis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres, gefolgt dann von einer Trendwende in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Schauen wir konkret auf die Zahlen. Starbucks wies einen Gewinn pro Aktie von 75 Cent bereinigt gegenüber erwarteten 77 Cent aus. Ohne Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten und andere Posten verdiente Starbucks 75 Cent pro Aktie. Auch beim Umsatz blieb Starbucks hinter den Erwartungen zurück, wies 8,71 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,78 Milliarden US-Dollar aus. In den USA verzeichnete Starbucks ein Umsatzwachstum von 10 Prozent, getrieben vor allem durch das Weihnachtsgeschäft, wo Kunden Geschenkkarten im Wert von sag und schreibe 3,3 Milliarden US-Dollar gekauft haben. Der CEO Schulz sagte auch, dass viele Einzelhänder zwar von sinkendem Kundenverkehr und schwachen Weihnachtsverkäufen berichteten, Diejenigen mit Starbucks-Standorten in ihren Geschäften jedoch sagten, die Kaffeekette habe Ehrkundenverkehr und Verkäufe angezogen. Außerhalb des US-Heimheitsmarktes schrumpften die Umsätze Starbucks im Großen und Ganzen um 13 Prozent, hauptsächlich verursacht natürlich durch China. Mit Blick auf 2023 prognostizierte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent und ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am unteren Ende von 15 bis 20 Prozent. Die Aktie von Starbucks ist für Investoren auf jeden Fall ein Blick wert. Trotz der Schwierigkeiten in China notiert die Aktie nur etwa rund 20 Prozent unter seinen Allzeithochs und ich muss ganz ehrlich sein, ich wäre nicht überrascht, sollte sich das übergeordnete Marktumfeld weiter auffällen, dass Starbucks dann zu einer Attacke auf eben diese Allzeithochs in den kommenden sechs bis zwölf Monaten ansetzen könnte. Das war Starbucks, Börsenkürzel SBUX. Und das war der Admirals Aktien Podcast 2.0 heute am Dienstag, den 7. Februar 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen hier am Mittwoch dann wieder reinhören und verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, wir hören voneinander. Haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag. Das war Aktien 3.0 mit Jens Knatt. Vielen Dank.